Ich finde, ist das schon okay. Kaffee kann ich leider keinen anbieten. Vom fröhlichen Scheitern, genau. Vom fröhlichen Scheitern. Ja, 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 ja. Soll ich anfangen zu erzählen? Einfach drauf los, ja? Also, du hast mich ja mal angerufen und irgendwas von dem... Ich glaube, Hilbig war das, von DDR-Literaturproduzenten, sagen wir mal, erzählt. Und ich wusste nicht, was du eigentlich wolltest und so. Also, ich habe mich ja für speziell bildende Kunst in der DDR interessiert. Ich war ja selber auch schon mal ganz kurz so besuchsweise in der DDR. Und es hätte also was über Hilbig herauszukriegen. Und da was zu machen oder so. Hätte mich interessiert. Dann kam aber als Näh. Dann war der Anruf irgendwie zu Ende. Und da habe ich mich gefragt, was wollte der Charlie eigentlich? So, ne? Er bin nicht laut raus geworden, ne? Und, aber kurz drauf kam ein paar Tage später ein Anruf von dir. So, und ich war da gerade, na, vielleicht zwei, drei Wochen aus der Reha zurück. Und das war ganz wunderbar. Aus der Reha bin ich ja sozusagen fast, ja nicht gewaltsam, aber... Die haben mich aus der Reha raus expediert, weil ein Corona-Fall im Reha-Krankenhaus aufgetreten war. Und die mussten alle Personen, die mit der entsprechenden Corona-infizierten Physiotherapeutin Kontakt hatten, schnellstmöglich wegschaffen aus dem Krankenhaus, ne? So, unter anderem mich, ne? Das war das Krankenhaus, ist in Korschenbroich. Das ist am linken Niederrhein. 15, circa Kilometer weg von Mönchengladbach. Und die tun auch ein bisschen was für bildende Kunst da. Haben auch die Gelegenheit dafür. Ich kam auch mit dem Chefarzt ins Gespräch über eine Ausstellung, die die da arrangiert hatten. Also war richtig prima. Und ich hatte natürlich Auffinden. Das war dermaßen toll da, ne? Schon vorher, dass die mir das Knie dermaßen super operiert haben, hier im Marino... Quatsch, im St. Vincennes Krankenhaus. Das ist jetzt eine auf Orthopädie spezialisierte Klinik. Wir haben das sowas von gut gemacht. Und auch da in Korschenbroich, da mit den niederrheinischen Patienten, zum Teil niederrheinische, ne? Andere Patienten waren auch welche, die es mit Krebs hatten, ne? Sehr interessant, ne? Ich hatte es ja noch erfreulicherweise nie mit sowas. Und welche, die es mit Gemüt, also, äh, 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 Seele, Seele, ne? Wie nennt man sowas, ne? Psycho. Naja, also, ich mit den Leuten mich unterhalten, ne? Und, ähm, das war richtig gut da. Normale Leute halt, ne? So. Tja, kam zurück und Adelheit fand's gut, konnte mit mir was anfangen, ne? Und haben dann Quarantäne, wir hatten ja, mussten ja zwei Wochen Quarantäne machen. Das war ganz, ganz schön. Und, äh, unsere, was wir einander mitzuteilen oder so sonst zu geben und zu nehmen, hatten, ja, war ja richtig, war richtig schön, so, ne? Und da kam dein Anruf, ne? Und willst du was machen? Ja, und, ja, klar, sicher, ne? Und, äh, und was? Dann hab ich mir eben, mal eben überlegt, was denn noch, und, äh, kam dann auf, eben, äh, vom fröhlichen Scheitern, ne? Ich bin ja nun richtig oft genug, hab, äh, oder bin, wie sag man, na, gescheitert, ne? Ja, ja, also berühmt geworden ist mein Karneval hier im ersten Semester von der Kunstakademie, ne? Hab ja zehn Mille Miese produziert, ne? War aber ein super tolles Fest, von dem einige, die dabei waren, heute noch schwärmen, ne? Ja, jedenfalls sagen sie das so, ob es so wirklich so war. Nehme ich an, dass es tatsächlich, zumindest ein Stück weit, tatsächlich so war, ne? So, ne? Und, äh, ja, und dann natürlich Jakob, ne? Ja, also Adelheid und ich, wir haben, äh, einen wunderbaren Sohn, äh, zur Welt gebracht. Und, äh, ich in der Hauptsache war nicht in der Lage, ihm so viel Anregung zu geben, dass er hier, äh, normal hätte, sein normales oder irgendwie geartetes normales Leben, äh, weiterleben wollen und hat mit 28 Jahren, äh, sich das Leben genommen, ne? Das auch noch nach einer quasi Vorankündigung. Er hat in seiner Wohnung hier in der Ellerstraße sich die Pulsadern aufgeschnitten, hat aber noch einen Krankenwagen angerufen. Die kamen an und haben ihn da noch rausgeholt und kamen ins Krankenhaus und nach, was weiß ich, drei Wochen vielleicht kam er wieder aus dem Krankenhaus raus und dann haben wir wieder ein normales Leben hier geführt, ne? So, wir haben, äh, Adelheid hat ihm eine neue Küche eingerichtet, wo er da wohnte und, äh, ich saß hier, ne, an der Tür und hab hier tagsüber meine Bierflaschen getrunken und, äh, ausgetrunken und, äh, gelesen und geraucht und, äh, hab ihn wohl mal besucht, aber, äh, nachdem er dann seinen erfolgreichen, selbst, äh, seine erfolgreiche Selbstbeendigung seines Lebens, äh, hinter sich hatte, ja, äh, die hat er sehr erfolgreich durchgeführt. Also, er hat sich mit, hat sich erkundigt, im Internet, wie man sowas am besten macht und hat das, ohne dass wir irgendwas mitgekriegt haben, äh, durchgeführt, richtig planmäßig, ne? Für mich zumindest und für Adler natürlich auch, ne? War das, was man Scheitern, äh, als Scheitern bezeichnet, ne? Als Eltern, ne? So, ne? Dabei war Jakob, äh, der hat ein halbes Jahr vorher noch, äh, eine Platte aufgenommen, ne? Mit, unter anderem, einem Lied, mein Vater hat ein Zimmer aus Papier, ne? So, ne? Damals war hier noch reichlich, äh, Zeitung in Plastiktüten aufgestapelt, das war schon schwer, horrormäßig, ne? Für Adler hat vor allem, ne? Meine Frau. Das war also Scheitern, so. Und dann fröhliches Scheitern, dass ich da in der Reha, auch schon vorher, da, wir sind ja, wir haben uns, mich ja, äh, zur Knieoperation angemeldet, zu einer Zeit, als das Krankenhaus, das Vincenz-Krankenhaus, uns freigestellt hat, ob wir den Operationstermin akzeptieren oder lieber noch eine Weile warten. Das war nämlich zu Zeiten, als es noch relativ brenzlig war, wie das mit, äh, Corona und Krankenhaus, also Reservierung von Intensivbehandlungsbetten oder nicht. Und zuerst haben die uns unseren angepeilten Termin, äh, abgesagt, von sich aus, das Krankenhaus. Können wir nicht, geht nicht, ne? Wegen Corona. Wir brauchen die Betten für, äh, Corona-Patienten. Und dann aber haben sie angerufen und gesagt, jetzt könnten sie, wenn sie wollten. Und, äh, so ganz ungefährlich war es nach wie vor nicht, aber das Risiko war einschätzbar, zumindest für jemand wie uns, ne? Und wir haben ja gesagt, ja, machen wir gerne, so, ne? Die Krankenhäuser waren damals auch verlegen und Patienten, ne? Die müssen ja auch Geld verdienen, ne? Und, äh, also, da machen wir gerne mit, ne? So, und alles wunderbar und da, denn Reha auch, alles wunderbar, ne? So, echt. Also wir haben die die größte Büro gegeben, sowohl die hier vom Vinzenz Krankenhaus wie auch die in Korschenbruch vom, äh, Krankenhaus Niederlande heißen die, glaube ich. Ja, ähm, so. So, und, äh, unsere Quarantäne dann war auch richtig gut. Ich habe feste gezeichnet, da auch ein schönes, schönes Blatt. Kann ich euch zeigen, wenn ihr wollt, äh, hab ich mit dabei, ne? Äh, den Gehhilfen, den Krücken, ne? Da als zu einem, in der Zeichnung zum Kunstwerk eingesetzt, ne? Ja, ja. Du riefst an, was willst du denn machen da, ne? Ja, überlegt kurz, ne? Und dann vom fröhlichen Scheitern. Gescheitert, klar, ne? Keine Frage. Der Chibi, der hat seine, und seine Frau, ne? So, auch, der hat ja sowas von heftig zugemutet, ne? Pff, das geht, naja, ne? So, also scheitern, klar, ne? So. Und, aber irgendwie haben wir es doch hingekriegt, dass das, äh, hier ist ja wirklich, äh, das ist nicht schlecht, ne? Echt nicht. Mit den beiden Fenstern, so, ne? Ja, ne? So. Und dann, nachdem ich da das gesagt hatte, kam die Nacht. Oh, weia, was hast du denn? Hast du nicht alle Tassen? Anni? Na, du. Dann, ah, ich krieg da richtig das A mit dir, ne? Das, Mensch, was? Was von fröhlich? Jetzt erzähl den Leuten mal was von fröhlich, du. Hier, na, also hier, na, das gemeinsame Kind nimmt sich's Leben, ne? Von wegen fröhlich. Was? Also, du, ja, erzähl uns mal nix von, naja, sowas halt, ne? Und das ging nicht mehr, das ist immer stärker geworden, ne? Und dann, dann hab ich eben abgesagt, ne? Da am nächsten Tag schon, dem Steven, der sollte ja beim Steven stattfinden, ne? Richtig guter Freund von mir, ne? Ja, hat da, na, und Steven angerufen, morgens um, was weiß ich, halb zehn oder so. Steven, geht auf gar keinen Fall, ne? Äh, Steven hat da, ja, hat sich auch Kenntnis genommen, was soll der denn auch machen, ne? So, und dann, sobald es ging, hab ich dich dann angerufen, also, ähm, das geht einfach nicht, ne? Mir war das sowas von peinlich, ne? Weil, äh, ich schätze dich ja auch richtig, ne? Wir haben ja da schöne Sachen da im Kalasfals zusammen gemacht, und, äh, Mensch, man, ja, also, ja, so. Und, äh, dann hab ich mich aber auf den Hosenboden gesetzt. Ich war, komm, das muss doch irgendwie zu schaffen sein, verdammte Kacke, ne? Mir ist es doch nicht nur aus Zufall so gut gegangen, die, ne? Ja, so, ne? Und, äh, und dann, hab ich mich, hab ich mich richtig, ich hab mich richtig entschlossen, was weiß ich wann, kann auch nachts gewesen sein, da im Bett und, äh, komm, jung, äh, und, äh, das kriegst du hin, ne? Ja, ne, jetzt fasst dir ein Herz und acker da ein paar Tage und dann, äh, ruf die Uschi an und sag, du kriegst das hin, ne? Ja, und setz dich auf den Hosenboden, irgendwann werden wir einen Termin schon finden, um da was Anständiges, das sich sehen lassen kann, ne, auf die Beine zu kriegen. Ja, hab ich den auch gemacht, ne, so, ne? Ja, und, siehe da, ne? Ja, ja, das war, das ist, das ist, was ich meine, so, oder was ich dazu jetzt sagen kann, zu, vom fröhlichen Scheitern. Ja, so furchtbar fröhlich ist natürlich das Scheitern überhaupt nicht, das Scheitern ist keineswegs fröhlich, ne? Also, das hab ich nie erlebt, das, das, das Scheitern tatsächlich fröhlich ist, aber insgesamt, zusammengenommen, ne? Kann man's so nennen. Ja, soweit. Ah ja, doch, haha, da kommen noch andere Sachen. Genau, zu der Zeit hab ich dir auch, glaub, hab ich dem Steven auch angerufen, äh, Steven, im Moment läuft, ich guck hier raus, geh da zu meinem Arzt, da, ne, auf der, von hier aus, konnte ich sehen, ein Großflächenplakat, ne, die üblichen Großflächenplakate, die hier so rumflühen, naja, äh, was seh ich? Charlotte Posenenske, weiß, die hab ich ausgestellt. In Hannover hatte ich ne Galerie, ne kleine Galerie H, und ich hab die Posenenske ausgestellt. Und die steht da auf dem Plakat. Ha, 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 ich denk, ich seh' nicht richtig. Und dann da hin, was war? Ja, K20, Einzelausstellung, Charlotte Posenenske, ne? Ja, da bin ich da natürlich hin, ne? Ja, ja, und dann hab ich gesehen, in dem Katalog wird tatsächlich aufgeführt, ich weiß nicht mehr genau, die Stelle, also sowas hier hab ich da in Hannover ausgestellt, in der Galerie H. Mein Name ist ja nicht erwähnt worden, im Text, ne? Aber, klare Sache, ne? Nach meiner Ausstellung hat die dann beim Konrad Fischer ausgestellt, ne? Das war dessen zweite Ausstellung in dieser wunderschönen Torbogengalerie in der Neuburgstraße. Nach unserer Ausstellung, ne? Also nach meiner Ausstellung, zwölf, bei der zwölften Documenta, die der, 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 der Bürgel und die Frau Nowak eingerichtet haben, ich war leider nicht da, hat die Frau Posenenske, äh, ist da, hat, war auch mit dabei, ne? Auf der Documenta, ne? Ja, die wurde richtig entdeckt. Ja. Wieder entdeckt, ja, ja, ne? Und, äh, vorher ist dieser Katalog erschienen, auch mit Fotos von der Galerie H. Die Galerie H. hat zwei Zeitabschnitte. Erstmal so, wie sie Deutschland quasi kennengelernt hat, nämlich unter anderem mit einer Ausstellung von Gerhard Richter. Hier steht der Gründer, Herbert August Haseke und Gerhard Richter, da. Und da ist der Graub, ne? Allerdings, das ist eine Ausstellung später, Galerie Ernst. Und Galerien gemeint ist unter anderem auch eben diese Galerie H, mit ihren zwei Teilen. Und da ist auch ein Abschnitt drin, naja, wo, äh, Galerie H und mein Name als Galerist drin steht. Ich habe nämlich den zweiten Teil bestritten. Der Gründer der Galerie H hat mir, der zu seiner Zeit, mir, zu seiner Zeit, hat mir, der zu seiner Zeit als so eine Art, äh, Helfer, da mit der Galerie verbunden war. Ich habe nämlich nachmittags, wenn Öffnungszeiten waren, mich da hingesetzt und aufgepasst, dass nichts geklaut wurde oder beschädigt wurde. Und dafür zum Mittagessen vorher eingeladen worden war. Das war ein Ehepaar, Kunsterzieher, beide. Der Herbert August und seine schöne Frau. Und zwei kleine Kinder gab es da noch. Nachdem er, der hat, ich glaube, sieben Ausstellungen gemacht, außer mit Richter, die Ausstellung hieß Polke Richter. Ich habe da die Einladungskarte entworfen, ist auch da abgebildet. Äh, hat mir seine Galerie geschenkt. Nach sieben Ausstellungen, nachdem er gesagt hat, ich höre jetzt auf. Weil er Null verkauft hat. Der hat ausgestellt Graupner, Richter und Polke, Gierke, Antonio Calderara und Konrad Lug als Künstler. Posnetsky. Bitte? Nee, nee, die Posnetsky habe ich ausgestellt. Ich habe ausgestellt, also fehlen noch zwei. Eine war Jirji Kolaj, das war in Tscheche. Ein sehr schöner, was heißt er, schöner, also ein älterer Herr, der so Schnittbilder malt, richtig. Der hat mir eins geschenkt. Von seinen Schnittbildern, die hat er da gemacht. Der wohnte da zwei, drei Wochen bei den Hasegästen. Die hatten ein schönes, großes Haus. Parterre wohnten sie und gab auch dann für Gäste wahrscheinlich so eine Art Gästezimmer. Also da haben mehrfach Gäste gewohnt. Unter anderem eben Jirji Kolaj. Und irgendwie als Dank dafür, für die Ausstellung und auch sonst, dass es ihm so gut gefallen hat, hat er eben dem Hasegäste auch so ein Schnittbild geschenkt. Und mir, weil ich da aufgepasst habe, auch so ein Schnittbild geschenkt. Und noch der Siegfried Neuenhausen, der ist später Professor, ich glaube, in Braunschweig geworden. Damals war der auch Kunsterzieher. Das war eine ganze Handvoll Kunsterzieher, die damals aus Düsseldorf, von der Düsseldorfer Kunstakademie nach Niedersachsen, hauptsächlich nach Hannover gezogen sind, weil es hier keine Stellen gab. In Niedersachsen wohl. Also das waren unter anderem Haseke selber und seine Frau. Und die haben auch für jede Ausstellung, jede der sieben Ausstellungen, einen kleinen Katalog hergestellt. Die konnten die herstellen, weil die Eltern von der Frau Haseke eine Druckerei in Krefeld hatten und die Hasekes da die Schulden auflaufen lassen konnten. Bei den Eltern war das nicht so schlimm sozusagen. Haben aber wirklich null verkauft. Graupner, sagte schon, Jörgke, Richter, Polke. Einer von den vielen, auch Kunsterziehern da, der später eine Professur in Hamburg, glaube ich, kriegte. Helms, Dietrich Helms, Tiger der Darm, war ich dabei, um so ein Polke-Rasterbild, Bavaria, sie lesen, rum. Warum soll das nicht so leisten, die 800 Euro, die das damals kosteten, sich aus den Rippen schneiden oder lieber doch nicht, ne? Er ist dann beim Lieber doch nicht geblieben und sodass null verkauft worden ist, ne? Der Neufer, der Oberstadtdirektor da, also der praktisch technische Oberbürgermeister, der später mit dafür gesorgt hat, dass die Nanas von der Niki de Saint-Fal in Hannover am schönen Leineufer aufgestellt wurden. Der war natürlich auch bei uns. Wir hatten ein super tolles Publikum da zur Eröffnung, ne? Da war die Intellektuelle Hautvollee da, ne? Oberstadtdirektor Neufer, dann der Chef, der Herausgeber vom Theater Heute, die führende Theaterzeitschrift damals, und seine Mitarbeiter, später Ernst Wenz, der Chefredakteur war vom Theater Heute, dann noch so ein paar Großkopfe, äh, hier Kunst, na Quatsch. Norddeutscher Rundfunk, Funkhaus, Maschsee, auch der Chef, wie hieß der nochmal? Ah, fällt mir jetzt leider nicht an. Marenholz hieß der, der war auch da, ne? Der Neufer, der Oberstadtdirektor hat Hoffnungen gemacht, dass er vom Calderara, das sind so sehr atmende Farben, kennst du natürlich, kennst du da welche? Ah, ja, ja. Abstraktionen. Ja, 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 aber auf Landschaftsbasis, ne? Ja, so, äh, hat uns, sag ich jetzt, Hoffnung gemacht, dass ein mittelgroßes da die Stadt ankaufen würde, ne? 40.000 sollte das damals kosten, ne? Du hast ein Schnäppchen, ne? Also, selbst für damalige Verhältnisse, naja, nicht gekauft. Naja, dann hat der Hase gesagt, willst du das, hier, ich mach jetzt nicht, willst du weitermachen? Ich glaub, ich hab innerhalb kürzester Zeit, es war wahrscheinlich kein Tag, gesagt, ja, gern, gesagt, ne? Wieso hast du dir das zugetraut? Ja, einfach so, ich hab, ich hab ein bisschen, mir hat das Spaß gemacht da, ne? Ich fand die Bilder toll, ne? So, ne? Und das Ganze drumherum, naja, ich werd, ne? Geld verdient hab ich, ich hab in einem kleinen, in Hannover, immer in Landeshauptstadt, ne? Also, ne? 600.000 Einwohner oder so, ne? Hab ich in einem kleinen Theaterchen, Kabarett ist da gespielt worden, Dietrich Kittner, so ein Kabarettist damals, ganz guter, ne? Äh, äh, hab ich in, hab ich das Foyer betrieben. Da gab's eine kleine Bar, war so ein langer Schlauch, wie vielleicht von hier bis da, wo mein Bild da hinten hängt, ne, so lang war das, schmaler, oder noch kürzer, schmaler Schlauch, drei, vier Tische, hab dann da, äh, so aus Blechbüchsen und ein bisschen Glühbirne und Fassung, so Lampen fabriziert und die dann montiert und da, äh, arbeiten von Studenten von der damals Werkkundsschule, ausgestellt, Rüdiger Hönig ist der, wir nannten ihn Kufus, äh, hingen da, und da kam mal zu einer Eröffnung, ich hatte da so einen kleinen Tresen, ne, so war der Chef, sonst war keine Bedienung da oben, ich hab das da managt, ne, als Angestellter, normales, kleines Geld gekriegt dafür, davon hab ich gelebt. Äh, ich hab damals Architektur studiert und, äh, da kam mal, äh, so ein Trüppchen, na, so gut fünf Leute an und sagt, oh, ist ja schön, was du da machst, ne, aber wir machen was Besseres, wir machen eine Galerie, eine richtige, ne, äh, wenn du Lust hast, kannst du dir mithelfen, wir müssen da Wände streichen und Fußboden und so, ne, ja, klar, ne, mach ich, ne, bin dann da, hab dann mit denen zusammen das Ding da, äh, Wände streichen, Wände weiß, wer war's, ne, Haseke selber, ne, seine Frau, ne, so, und, äh, dann der Neuenhausen, der war Kunsterzieher, ne, dann der Gierke, ne, Kinder hat später, Gierke hatte später Professur irgendwo gekriegt, ne, so, der Gierke, wer war da noch? Ja, noch so ein paar, also, Kunsterzieher, ne, Gräune, der hat die erste Eröffnungsrede bei mir gehalten und noch so ein paar, ne, haben wir zusammen da, fit gemacht, so, und dann die erste Ausstellung war Graupner, ja, und gleich viele Leute da, ne, Graupner war schon ein bisschen bekannt, ne, so, ne, Geheimtipp, vorher gab's in Hannover ne sehr gute Galerie von einem Einzelnen, die sind auch hier aufgeführt, Adam Seide, hieß der jetzt, ist später nach Frankfurt, hat damals noch, zusammen mit dem Herausgeber im Theater heute, Rischbieter, Henning Rischbieter, der auch, sagt die ja schon, bei uns Stammgast war, ne, äh, nach Zeit, Jadbert hieß die, rausgebracht, zusammen mit dem Adam Seide, und, äh, der Adam Seide, eine sehr schöne kleine Galerie, am Schwarzen Bären, eine tolle Gegend in Hannover, da, äh, etwas vor Ort, ne, Hannomack ist da in der Nähe, Maschinenfabrik, ne, äh, Traktoren und so, ne, äh, später ist er nach Frankfurt gezogen, der hat damals, Uecker, hab ich gesehen, beim Adam Seide gesehen, ne Uecker Ausstellung, ersten Stock, das war, kleiner, kleiner Bühne, so, auf den, auf den Pin, äh, auf den Pin befestigt, ne, so, schon weiß angestrichen, ne, er war als erstes, ha, und, äh, ja, 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 äh, der Adam Seide war, glaube ich, da schon nach Frankfurt gezogen, hat da eine sehr schöne Zeitschrift ausgegeben, Egoist hieß die, typisch Adam Seide. Also, ich dann, äh, äh, geschenkt, ne Galerie, beste Lage in Hannover, gerade mal keine 200 Meter von der Markkirche entfernt, eine der einzigen beiden Altstadtstraßen, die es in Hannover noch gab, oder immer noch gibt, in der Knochenhauer Straße, hat er mir eingerichtet, da war vorher ein Hundesalon drin, gegenüber war die beste Studentenkneipe, Wildhagen hieß die, da gab es Frikadellen, äh, an, was auf die Straße zeigte, so 60-60, G.H., ne, Galerie H., ne, so hießen wir, ne, so, und, äh, ich hab den Telefon kommen lassen, und, äh, er hat mir, äh, die erste Ausstellung besorgt, sind wir zusammen, in seinem VW nach Düsseldorf, und, am, im Kreuzherren Eck, ich zum ersten Mal den Schmäler gesehen, ne, die da, was weiß ich, trank, dann haben wir den ersten, den Rade vom Wald, da ist der, äh, Rand des Sauerlands, äh, einen, der von sich meinte, äh, er habe, äh, Zero erfunden, ich glaub, Hans Günther mit Vornamen, Vorberg, der, träumte dann davon, dass er ein eigenes Museum, da in Rade vom Wald einrichtet, so, und, Eröffnungsredner, war einer von den Kunsterziehern, der hat, Bude rammelvoll, ne, die ganzen Hot-Volle-Typen da, ne, und so, äh, ich, keine Ahnung von gar nichts, ne, so, aber, der Vorberg hat sich, unglaublich angestellt, ne, der war sowas von pingelig, was, er hat nicht viel ermöglicht, also, es hätte nicht viel gefehlt, und der hätte, aus irgendwelchen Scheißgründen, da, äh, irgendein Stäubchen, ihm nicht gepasst, da die Ausstellung platzen lassen, so, na, pff, meine Fresse, ne, und, naja, also, Eröffnung, ne, Kräune, vor, na, und, was, 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 ja, gut, okay, ja, ja, gut. Was,